Ja, liebe Gruppe, das war gerade irgendwie Tom, der angerufen hat. Er hat heute festgestellt, dass seine Oma Geburtstag hat und kann leider nicht kommen. Wir haben ja gesagt, wir würden auch so spielen. Ich würde dann jetzt einfach anfangen, wenn alle soweit sind. Ja, ich habe meinen Charakterbogen nicht dabei. Hast du den vielleicht noch zufällig ausgedrückt? Leute, da hat euer Spielleiter sich den Arsch aufgerissen. Und ihr vergesst den Bogen oder sagt kurzfristig ab. Man steckt ja doch sehr viel Zeit rein und sehr viel Energie in die Sachen. Und dann ist sowas sehr unangenehm. Ich habe mich mal gefragt, wie ich meinen Spielleiter unterstützen kann. Weil also wenn ich spiele, meine Gruppe ist auch immer für mich da. Und da habe ich mir gedacht, was kann ich denn mal für meinen DM machen? Und damit ich das nicht alles alleine mir aus den Figern saugen muss, habe ich mal in der Facebook-Druppe nachgefragt. Und da kamen super viele tolle Antworten von euch. Erstmal vielen Dank dafür. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr alles geschrieben habt und was mir dazu eingefallen ist, dann bleibt doch dran. Ja, hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und jetzt geht's los. Und ich habe, ja, es wird zu dem Thema meinen Wunschspieler sozusagen ein oder zwei Videos geben. Und ich fange gleich mal an. Ich habe das so ein bisschen unterteilt mit dem Organisatorischen. Also es ist ja nicht nur, dass man als Spielleiter sich auf das Modul, auf das Abenteuer vorbereitet, manchmal sogar den Raum zur Verfügung stellt und manchmal sogar noch das Essen zur Verfügung stellt, weil man das alles gerne macht. Es ist auch so, dass man dann oft noch sich die Zeit, also seine Spieler zusammensucht und rumtelefoniert oder rumschreibt, wer wann kann. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ihr am Spielleiter sehr viel abnehmen könnt. Und kümmert euch doch mal um die Organisation. Kümmert euch darum, dass die Termine klappen. Das kann wirklich ein bisschen Arbeit sein. Und wenn das einer macht oder wenn ihr eine Gruppe habt und immer so ein bisschen der Motor seid, dann kommt auch was zustande und euer DM wird sich sehr freuen, glaube ich. Ja, das Zweite ist natürlich, dass man alle Spielmaterialien dabei hat. Habt ihr eure Würfel, euren Stift oder euer iPad und euren Charakterbogen? Bringt die Sachen alle mit. Es ist total doof, wenn man dann auf der Spielsession irgendwas organisieren muss oder dann doch nicht spielen kann, weil man nicht weiß, wie viele Zauber noch da sind oder was der Charakter alles kann. Oder noch dover ist, wenn dadurch ein TPK entsteht, dass einer seine Fähigkeiten nicht nutzt, weil der DM natürlich versucht, auch euch was entgegenzusetzen. Hier kam noch ein toller Trick aus der Community. Die meisten von uns tragen ja ihr iPhone oder ihr Telefon immer mit sich herum und macht einfach von eurem Charakter-Sheet, wenn ihr es nicht digital habt, ein kurzes Foto. Dann könnt ihr euch immer noch was auf einen Zettel skribbeln am Anfang. Einen Zettel und einen Stift kriegt man überall her, denke ich. Fand ich eine super Idee. Danke nochmal. Natürlich kann man den DM auch einfach fragen, was er so braucht, was er gerne an Unterstützung hätte. Manchmal kommt da nicht so viel, manchmal kommt da eine ganze Menge. Und wenn es eine ganze Menge ist, dann kann man ja auch mal dabei helfen, das so ein bisschen aufzuteilen. Nicht, dass ihr die ganze Arbeit habt und der DM, die ganze Vorbereitungsarbeit und die anderen machen alle nichts. Ich finde, man kann es ein bisschen aufteilen und der eine hat mehr Zeit, sich um Sachen zu kümmern, der andere weniger. Also es ist toll, wenn man diese Arbeit so als Team versteht und alle so ein bisschen mit anfassen, die dazu in der Lage sind. Bei uns hat ein Spieler gerade ein Baby bekommen, beziehungsweise ist Papa geworden und wir gucken natürlich schon, dass wir den, wenn es geht, irgendwie entlasten. Weil wir froh sind, dass er weiterspielt und weiter dabei ist und dass er auch noch viel Enthusiasmus mitbringt. Obwohl das Kind natürlich, wie es oft am Anfang ist, Zeit und Nerven kostet bei aller Liebe. Ja, manchmal kann es auch sein, dass man irgendwas ausdrucken kann oder sowas oder irgendwas so ein bisschen vorbereitet, die Ecken abflämmen oder ein bisschen ausreißen, damit das Pergament alt aussieht, in einer schönen Tintenschrift ausdrucken oder sogar handschriftlich irgendwas anfertigen, irgendeinen Brief, den man selbst vielleicht bekommen hat und dann nochmal so in die Runde wirft. Das bringt auch eine ganze Menge Farbe in das Rollenspiel rein und ich finde sowas schön und wer Lust an sowas hat, ich glaube, das ist gern gesehen. Oder vielleicht auch mal die Miniaturen mitbringen zum Abend. Alle. Nicht nur die Einzelne, die man benutzt, die man selbst angemalt hat für seinen Charakter, sondern alle, die man hat. Ja, das war es schon zum Punkt Organisatorisches. Kommen wir zum Punkt Höflichkeit und der Sitz im Prinzip überschneiden sich die Punkte so ein bisschen. Also auf der einen Seite wird die Session natürlich organisiert. Auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn alle pünktlich kommen, wenn sie zuverlässig kommen, wenn sie sich selbst drum kümmern, dass sie alles dabei haben. Das gehört für mich alles zum Thema Höflichkeit. Aber auch, dass danach zum Beispiel gemeinsam eben noch aufgeräumt wird. Nicht, dass einer auf dem ganzen Kram sitzen bleibt, was ja meistens auch der DM ist. Wenn man, ja, wenn ich mal gucke, wie es bei uns in den Gruppen ist, ist es oft der DM, bei denen wir spielen. Ich finde es auch sehr höflich, wenn man sich auf die ganze Geschichte etwas vorbereitet hat. Man hat vielleicht die Notizen vom letzten Mal nochmal im Kopf oder hat die nochmal durchgelesen, hat nochmal auf seinen Bogen geguckt, ob irgendwas Neues dazugekommen ist oder ob man irgendeine Fähigkeit vielleicht noch nicht genutzt hat. Also die ganzen Sachen, die da so sind, das ist für mich einfach eine Freundlichkeit, aber auch eine Selbstverständlichkeit, sich so auf seinen Charakter vorzubereiten, wie der Spielleiter sich auf sein Spiel vorbereitet. Ein weiterer Punkt, der genannt wurde, das fand ich auch sehr wichtig, ist, da schrieb jemand, bitte unterbrich mich nicht, wenn ich irgendwie gerade eine epische Szene beschreibe. Das ist ja sowieso manchmal schwierig. Wir sind alle sehr im Charakter, wenn es gut läuft und dann wird auch mal durcheinander gerufen oder sowas. Aber es gibt Szenen, finde ich auch, wo ich mich als DM sehr gestört fühle, wenn ich unterbrochen werde. Und ja, an dieser Stelle überlegt doch mal, bevor ihr sprecht, ob gerade ein guter Moment dafür ist oder ob man noch ein bisschen wartet. Ich habe jetzt auch vor kurzem, glaube ich, Lohche und Lama mal wieder gesehen, die mag ich total gerne. Und die haben zum Beispiel gesagt, oder ich habe es irgendwo gehört bei denen, dass die sich ein bisschen nach vorne beugen, um klarzumachen, dass sie irgendwie in Erscheinung treten wollen. Sie geben sozusagen ihrem Mitspieler und ihrem Spielleiter ein Zeichen. Ich habe so eine Idee, ich würde gerne mal spielen und dann kann man ja noch gucken, dann gibt es vielleicht einen Blick oder sowas. Also sich nicht einfach nach vorne schieben, sondern einfach sagen, darf ich, ich habe ein Angebot. Finde ich auch sehr höflich und finde ich auch sehr schön, das so zu machen. Wer natürlich absichtlich das Spiel sabotiert, weil er keinen Bock hat oder sowas, hat jemand geschrieben, der soll zu Hause bleiben. Ich meine auch, wenn ihr keinen Bock auf das Spiel habt, macht es nicht, weil ihr jemandem einen Gefallen tun wollt. Das ist der falsche Gefallen. Lasst es lieber sein, erhaltet lieber Freundschaften und spielt lieber nicht. Bleibt lieber zu Hause und genießt euren Tag, statt euch zu ärgern, irgendwo zu sitzen und irgendwas zu machen, worauf ihr keine Lust habt. Und das strahlt aus, es gibt irgendwie Reibereien und Ärger und nachher löst sich die ganze Gruppe auf, nur weil ihr keinen Bock habt. Also wenn ihr keinen Bock habt, bleibt zu Hause. Also ich meine jetzt nicht für den einen Tag jetzt mal, die Lust kommt ja auch so beim Spielen, sondern wenn ihr generell merkt, das ist nicht euer Hobby. Kommen wir zum dritten Punkt und den habe ich auch so ein bisschen unterteilt, weil das sehr viele Punkte sind, die da von euch gekommen sind. Und das ist so das eigentliche Spiel. Da haben sich viele DMs gewünscht und Spieler vielleicht auch, ich weiß ja nicht, in welcher Funktion wir alle immer geschrieben haben, aber die meisten sind, glaube ich, DMs gewesen, haben mir geschrieben, dass sie sich aktive Spieler wünschen. Also Leute, denen man nicht ständig irgendwas vorsetzen muss, sondern die proaktiv handeln, die zum Beispiel sagen, ja, ich gehe mal da hin, gibt es denn hier eine Kneipe in diesem Dorf, gibt es hier einen Schmied, ich gehe mal zum Schmied. Ach, da ist ein NPC, der steht da so rum, ich kann nicht den mal ansprechen, wer ist das denn? Ja, einfach ein bisschen proaktiv sein und nicht erst warten, bis die Szene kommt, die einem gefällt. Das wurde so ganz groß bemängelt, ja, ich lese oder ich trage ganz viel vor, ich biete meinen Spielern ganz viel und die warten immer noch auf den Moment, bis sie einsteigen können. Leute, greift an, habt Spaß daran und ihr solltet dem Mann nicht ins Wort fallen oder der Frau, aber guckt, dass ihr wirklich in Aktion kommt und selbst auch eine Angriffsfläche bietet. Kann ja auch mit euren Mitspielern sein, das war auch ein Punkt, der genannt wurde. Ja, das Spiel untereinander, es macht erstmal sehr viel Spaß. Ich hatte vor einiger Zeit eine riesige Diskussion zwischen drei heiligen Männern, sage ich jetzt mal. Zwei waren eher so von der Schwertseite und einer war von der friedlichen Seite. Ja, es gab eine theologische Diskussion sozusagen. Ich hatte den ganzen Abend nichts zu tun, hatte mich aber, ja, ich war super unterhalten, was soll ich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuhören und es war tatsächlich eine der ersten Sessions und sie sind super gut in ihre Charaktere reingekommen. Es hat wirklich einen Mordspaß gemacht. Solche Spieler kann man sich eigentlich nur wünschen. Natürlich solltet ihr eure Fähigkeiten kennen und euren Charakter kennen, eure Background-Story. Ihr solltet gucken, wo die Geschichte mit der Background-Story interagieren kann und dann aktiv was anbieten und wissen, wie eure Sprüche funktionieren, natürlich, und wie eure Fähigkeiten funktionieren und wie viele Spells ihr vom letzten Mal noch übrig habt oder auch nicht. Gewünscht wurde sich auch von den DMs, dass die Spieler halbwegs realistisch handeln. Natürlich sind wir in einer Fantasy-Welt, das ist ja eigentlich nichts realistisch, aber so, wie es zu eurem Charakter passt. Und das bitte nicht als Ausrede zu nutzen, um alles möglich zu machen. Der ist halt so, ja. Das war ein großer Kritikpunkt. So, wie es zum Korrektor passt, spielen und vielleicht auch gucken, dass man ein bisschen Teamplayer ist. Man kann mit der Gruppe spielen, man kann die Gruppe auch mal behindern, bitte nicht im ganz großen Rahmen, aber es kann auch spannend sein, sich mal gegenseitig zu reiben. Ja, das ist ein cooles Ding. Probiert es mal aus, steigt mal auf eure Mitspieler ein, steigt auf NPCs ein, steigt auf Gebäude ein, auf Ruinen, auf Gegenden. Habt Spaß mit dem, was da gibt. Ja, und ein großer Wunsch war, lasst euch auf die Geschichte ein. Ihr habt ja meistens in der Session Null gesprochen und vielleicht trifft es trotzdem nicht eure Erwartungen und ihr denkt, ja, eigentlich dachte ich doch, es gibt was anderes, aber lasst euch mal drauf ein. Es kann wirklich sich auch noch entwickeln und dazu komme ich später, man kann sich ja auch gegenseitig Feedback geben, dass es vielleicht noch nicht die Geschichte ist, die man gerne haben wollte und kann das nachher sagen, aber lasst euch im Spiel erstmal drauf ein. Lasst euch überraschen. Seid dabei, taucht ein und ich denke, es wird trotzdem total viel Spaß machen. Ja, dann gibt es auch manchmal so Leute, die stottern sich dann in irgendwelchen Dialogen ein, zu Recht. Da wünschen sich eure DMs, liebe Spieler, dass ihr eure Sätze vielleicht mal so halbwegs zumindest vorformuliert, dass ihr wisst, was ihr sagen wollt. Und ja, natürlich ist es nicht leicht, irgendwie einen Charakter zu spielen mit einer Intelligenz von 20, wenn man selbst eine von 12 hat oder von 10. Ja, also Durchschnitt ist. Und vielleicht würde ich ja ganz anders reden, aber versucht einfach da einzutauchen, versucht es möglichst gut zu machen und lasst es raus in geordneten Worten und versucht nicht irgendwas Kryptisches zu beschreiben, sondern sagt mit klaren Worten, was im Dialog Sache ist oder wie eure Handlung genau aussieht. Und ich gehe jetzt oder mein Charakter geht jetzt von A nach B, um dort nach dem Schmied zu suchen. Ist eine klare Aussage, unverständlich, also nicht unverständlich. Nächster Punkt ist die Spielwelt mitgestalten. Leute, mischt euch da wirklich ein, versucht wirklich eure eigene Person irgendwann wichtig sein lassen in eurer Geschichte. Ja, irgendwann sind die Charaktere nicht mehr Stufe 1, sondern Stufe 10. Wer wollen die dann sein? Hat das auf dem Schirm in Stufe 10? Was möchte ich sein? Und wenn ihr das Ziel zwischendurch ändert, ist es auch egal. Charaktere verändern sich, Schicksale verändern sich und tragen dazu bei, dass der Weg sich ändert. Aber versucht, jetzt schon irgendwelche Ziele anzupeilen. Und damit meine ich nicht, ich möchte den Dragonslayer plus 3 haben, sondern was soll menschlich passiert sein? Ihr habt ja vielleicht auch irgendwie beim Abitur das Ziel gehabt, ja, ich möchte danach studieren. Ja, was denn? Ja, Zahnmedizin. Na super. Dann hat man ein Ziel vor Augen gehabt. Und wenn man dann nach der 12. oder 13. Klasse festgestellt hat, okay, also Zahnmedizin anderen Leuten im Mund rumfummen ist doch nicht meins. Ich möchte lieber das und das machen. Dann hat man sich schon mal trotzdem dafür angestrengt und hat vielleicht einen Schnitt, mit dem sich einiges machen lässt. Und umgedreht ist es genauso, wenn ihr ein Ziel anpeilt, ihr wollt als Kämpfer in der 10. Stufe eure Burg haben, dann peilt das an, dann sammelt schon dafür euren Schatz oder sucht euch schon Gefolgsleute, schließt schon Kontakte, nehmt mit dem König schon Kontakt auf, meinetwegen. Also zeigt euch von der Seite, zeigt, was euch aus sich werten kann. Und wie gesagt, wenn sich dieses Ziel ändert, ist es auch gut, aber erst mal ist es klar, wo ihr hinwollt. Habt dafür auch auf jeden Fall eure Marotten auf dem Schirm. Es gibt doch nichts Spannenderes als irgendwelche komischen Geflogenheiten oder irgendwelche Schwächen. Sowas macht doch einen Charakter erst sympathisch. Wenn die Charaktere alle irgendwie nur gut wären oder nur toll und keine Schwächen hätten, wo könnten dann irgendwie Diskrepanzen aufkommen? Es können ja auch erst an Fehlern reiben sich die Menschen. Die drei perfekte Menschen, die miteinander reisen oder vier, da passiert nichts zwischen der Gruppe. Aber wenn der eine gierig ist und der andere großzügig, dann scheint sich das zunächst gut zu ergänzen. Und irgendwann denkt der Großzügige vielleicht, oh, ich werde ausgenutzt von dem, von diesem Gierigen. Und dann können Diskrepanzen entstehen. Und das macht total Spaß, nachher zu spielen. Ja, natürlich braucht jeder Spielleiter auch ab und zu mal jemanden, der mal eine Regel nachschlägt. Und habe ich in meiner Gruppe, da sage ich doch mal Danke an Sascha, der immer ganz schnell dabei ist, irgendwas nachzuschlagen. Super oder Lars. Da freue ich mich immer, wenn ich meistere. Und ich glaube, die anderen freuen sich auch, wenn ihr das dazu beitragt. Ab und zu mal den Spielleiter daran erinnern, durch euer Spiel oder vielleicht auch mit einem einfachen Meta-Wort oder Satz, was euer Background ist und warum ihr so handelt. Das ist eine... Also als Spielleiter kann man das nicht alles auf dem Schirm immer haben. Ah, okay, der Charakter ist als Einzelkind aufgewachsen, der hat so eine spezielle Ader, irgendwie mit anderen Menschen umgeht. Das kann man nicht immer auf dem Schirm haben. Erinnert ihn durch euer Handeln dran. Oder sagt es mit einem Wort, denkt dran, ich bin Einzelkind. Also vielleicht will er in der Gruppe immer die Diva sein und alle denken sich, warum? Aber das ist durch den Charakter vielleicht auch so okay. Und dann lachen alle drüber oder haben alle Spaß daran, ihn vielleicht auch vor Grenzen zu setzen und auflaufen zu lassen. Und ja, diese ganzen Sachen dazugehören. Ein Punkt, der auch vielen Leuten sehr wichtig war, macht euch bitte Notizen. Geht nicht davon aus, dass alles fünfmal wiederholt wird oder dass euer DM in 13 Sessions noch Bescheid weiß, welches Item in welchem Raum genau gefunden wurde und was die Fähigkeiten sind. Macht euch Notizen, schreibt es euch auf und wenn in euren Notizen irgendwelche Sachen sind, die nicht klar sind, versucht sie zu klären. Damit eure Sachen vollständig sind, damit ihr ein Bild davon habt, was euren Charakter angeht. Ganz oft ist es auch genannt worden, dass anscheinend die Kämpfe stocken. Kämpfe sind ja oft sowieso schon sehr zeitraubend. Was dann eine Kampfrunde von sechs Sekunden mit vier Spielern und DM und drei Monstern, wie lange das dauern kann. Also dann dauert schon mal, die sechs Sekunden dauern vielleicht schon mal irgendwie zehn Minuten oder fünf. Das heißt, seid flott dabei. Überlegt euch im Vorfeld, was ihr machen wollt und braucht nur ein bisschen länger, habt auch, sagen wir so, habt auch noch einen Plan B und braucht nur ein bisschen länger, wenn Plan A und Plan B nicht klappen. Viele haben sich auch gewünscht, dass Charakterplay vor mechanischen Vorteilen steht. Also, dass es euch wichtiger ist, einen Charakter gut zu spielen, als den mächtig zu machen auf dem Papier. Welche Fähigkeit kann ich noch wählen, damit meine Rüstungsklasse noch fünf höher wird oder besser wird? Ja, das ist manchmal für einen Spielleiter, erst mal ist es nachher schwierig, weil die Sachen unbalanciert sind und es ist viel cooler, wenn ihr euch überlegt, wie würde ich in diesen Reaktionen, in diesen Situationen reagieren, wo ich das letzte Mal nicht ganz sicher war, ob ich reagieren sollte, beziehungsweise wie würde mein Charakter reagieren. Macht euch das klar. Ich habe hier auch noch ein Video mit 20 Fragen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist auch ganz spannend, wenn man sich überlegt, wie der Charakter so ist. Und ihr könnt auch gerne Fragen hinzufügen, die euch wichtig sind. So, jetzt kommen wir schon zum Punkt D des eigentlichen Spiels. Da haben sich viele Spielleiter gewünscht, dass man eine offene und konstruktive Kommunikation hat im Spiel. Das ist auch was, was bei uns in der Gruppe ganz wichtig ist und groß geschrieben wird, dass zum geeigneten Zeitpunkt Sachen angesprochen werden, dass es sowas wie Feedback gibt, dass man sich überlegen kann, welchen Weg man gemeinsam geht beim Spielen, damit es für alle möglichst schön wird, ja, aber auch möglichst unanstrengend und spaßig. Ja, Kritik bitte an der richtigen Stelle, nicht im Spiel, sondern vielleicht mal unter vier Augen danach, wenn es ganz heftige Sachen sind und bitte als eigene Meinung deklarieren. Wenn ich eine Kritik habe und mir sagt jemand, oder Kritik höre als DM und mir sagt jemand, ja, ist bei dir immer so, dass das irgendwie alles scheiße ist? Also erstmal ist es total unkonkret und zweitens immer, es ist bestimmt nicht immer alles scheiße, sonst hätte ich als Spieler schon fünfmal aufgehört. Und also seid konkret, sagt genau was, was jetzt euch nicht gefallen hat. Also beschreibt die Situation, in der ihr euch nicht wohl gefühlt habt, in der ihr euch was gestört habt und seid wirklich, und dann sagt ihr auch, macht ganz klar, dass es nur eure Meinung ist. Ja, vielleicht wolltet ihr DM, dass ihr euch unwohl fühlt. Dann müsst ihr vielleicht die X-Karte ziehen, wenn es zum Beispiel um ein Horrorspiel geht und ihr habt euch unwohl gefühlt. Wie gesagt, X-Karte. Liegt auf dem Tisch bei den meisten Sessions inzwischen. Völlig ein super Tool. Nutzt das. Aber nicht rumnörgeln, sondern konstruktive Kritik üben. Sagt, wie ihr euch es gewünscht hättet zum Beispiel. Ja, Feedback war auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch dazu, habe ich mal ein Video gemacht, das ist auch hier verlinkt. Und es hilft einfach, das Spiel immer mehr so zu gestalten, wie es euch allen gefällt. Ich gehe jetzt natürlich davon aus, was ja nicht immer der Fall ist, dass alle so ungefähr in eine Richtung gehen. Und meistens oder oft, sagen wir mal oft, ist es auch so, dass sich so eine Richtung rauskristallisiert, mit der sich alle relativ wohl fühlen. Und manchmal kann man diese Richtung auch noch weiter verbessern. So, dass es für alle schöner wird. Und das geht prima mit Feedback. Also sagt eurem Spielleiter auch, was er gut gemacht hat. Ja, nicht nur an den schlechten Sachen rumnörgeln, sondern auch gerade die Sachen, die gut gelaufen sind, erwähnen, damit er weiß, okay, das war richtig und nicht das auch noch ändert. Und wenn euer SL mal einen Fehler macht, eure Spielleitung, dann seid doch großzügig und vergebt ihnen diese. Jeder macht mal Fehler. Und je mehr gearbeitet wird, desto mehr Fehler passieren. Das war's von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid tolle Spieler oder nehmt es euch zu Herzen und werdet tolle Spieler. Es haben meistens alle was davon, wenn sich alle bemühen, das Spiel besser werden zu lassen. Und ich glaube, es ist ja schon ein fantastisches Hobby und es kann tatsächlich noch besser werden, wenn wir all dran arbeiten und nicht plötzlich irgendeiner sagt, nämlich euer DM, ich kann nicht mehr, ich muss organisieren, es sagen ständig Leute ab, ich habe einfach keinen Bock mit der Gruppe. Okay, das war's von mir für heute. Macht's gut. Ciao, euer Martin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020